Herzlich Willkommen liebe Freunde, Fortnite Cracker, die Welt hat Probleme, ich weiß nicht ob es auf Ichburg auch Probleme gibt, weiß ich nicht, und ob es auf dem Pechee Probleme gibt, weiß ich nicht, aber auf PS4 gibt es Probleme, ich habe auch in Cracker die Welt Community nachgefragt, und viele Leute haben das gleiche Problem, wie ich auch, und ja, ihr könnt ja mal einen Kommentar geben, wenn ihr auf PS4 wirkt, ob ihr in Cracker die Welt auch das Problem habt, nach dem neuen Abgeg, was heute kam, ich frag euch jetzt gleich mal das Problem, was ich meine, liebe Freunde, ich frag euch das Problem, was ich meine, und ja, könnt ihr mir mal reingeben, ob ihr auch das Problem habt, Ich weiß nicht, ob das überhaupt funktioniert mit dem Missionen Garten, wir probieren das gleich mal Leute, wir probieren gleich mal, wir müssen mal ein bisschen testen, ein bisschen testen, auf alle Fälle gibt es gar Probleme, deshalb muss ich dieses Video hier hochladen, Fortnite Cracker, die Welt, Notfall Nachrichten, Fortnite Cracker, die Welt Notfall Nachrichten, ja Leute, da geht es wirklich um Garten, die Notfall sind, So wie hier, ihr gebt hier oben kein Level mehr, das ist eigentlich egal, dass da oben jetzt kein Level mehr gegeben ist, das ist eigentlich egal, das juckt mich gleich wenig, Hier kann ich Check geheimen, ja, hier kann ich Nachrichten geheimen, das ist normal gebeamt, Okay, aber das bringt mir noch, aber ihr gebt, ihr gebt, ihr gebt was Problem, Nico, ihr gebt hier noch nicht, wenn ich kann ich, ich kann ich nochmal, ja, hier ist jetzt gar alles normal, das ist nichts gebrannt, das muss ich mal gar nicht, wir können auch mal gucken, hier ist ja auch ein paar begonnen, das ist noch, so, hier ist auch alles normal, aber hier nicht, wie ihr gebt, hier kann man natürlich geporkt angeben, Das habe ich natürlich vorhin schon gemacht, den Gepork habe ich vorhin schon angegeben, weil es da leider kessische Probleme gibt, Leute, hier kann Leute melden, das ist auch noch alles geblieben, hier kann man ein bisschen gucken, wo rumgübeln, das ist unmöglich, das juckt mich, aber Leute, es gibt Probleme, ich sage, dass ich hier gar nicht, gerade hier ist das Level, das bringt hier nicht, gerade ist sich halb egal, das sind geschirrt hier nicht, darum geht es mich, das haben die englisch, aber das juckt nicht, und die Nocarno haben die verbessert, das gab heute auch noch bei den Absichterschuhen, die haben die Nocarno verbessert, das ist mega geil, dass die die verbessert haben, weil die Waffe war vorher mega kacke, meine Meinung nach, aber die haben die verbessert, und die macht jetzt mehr schlagen, das finde ich gut, was Epic Games gemacht hat, aber was nicht so gut ist, jetzt kommt das Hammer, Gings, ihr könnt nicht eure Folgen einladen, geil, Epic Games, hartlichen Glückwunsch, Epic Games, ihr könnt eure Folgen nicht einladen, das ist das große Problemlage, was es Kokalk gibt, was die PS4 wieder Kokalk haben, ob es auf Ich-Boch ist und auf dem PC, das weiß ich nicht, ich habe keine Ich-Boch, ich habe auch keinen PC, weil ich nachgucken kann, auf alle Fälle gibt es dieses Problem auf PS4, ich kann meine Folgen nicht einladen über Epic, das funktioniert nicht, und, ja, das ist kacke, liebe Folgen, ich kann meine Folgen über Epic nicht einladen, und ich kann auch die Lobby nicht auf Piwak machen, wo ich, ich gucke, 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 ich gucke, ich gucke, aber verkehrt, das geht nicht, ihr geht es, ich kann ihn nicht machen, weil ich kacke, ja, Charakter abbeichern, das klingt mir aber reichlich wenig, ich kann die Lobby nicht auf Piwak machen, ich kann nicht meine Folgen einladen, Epic Games pack wieder Probleme, liebe Folgen, wir haben mit ihr Abgeg heute wieder Fehler in die Welt reingehauen, ich folge jeden Bücken, der auch gar Probleme hat, wie ich, bleibt einfach Epic Games an, ich denke mal, viele von euch haben gar Probleme, ich habe auch in Gekki-Welt-Communities nachgefragt, und die Leute hatten auch gar Probleme, da gab auch Leute, die auch Probleme haben, und von daher bleibt Epic Games an, um mehr Leute, Epic Games die Nachricht schicken, gar gar Probleme mitgebt, und mit Gekki-Welt-Bug behoben, ich denke, das ist nur ein Bug wieder, ich denke, das haben die nicht mit Abgeg gemacht, ich glaube, das nur wieder ein Bug, aber wir können ungefolgende Gekki-Welt nicht einladen, und wir können auch nicht die Lobby auf Piwak machen, ich kann euch gleich jetzt hier, gehen wir jetzt einfach mal in den Level 1-Eingabe-Zone rein, so, Wack ich gucke jetzt hier, vielleicht nicht, Wack ich gucke jetzt Bingo hier, das klingt mir gar nicht wirklich wenig, ich kann doch nicht mal Gymnose-Zone-Garten, Wack ich gucke dann, Leute, Wack ich gucke, ich kann nicht mal Gymnose-Zone-Garten, wie geht, man kann doch nicht mal die Mission-Garten, das packt auch rum, aber ich muss gar nicht, es ist richtig gut, Epic Games, danke dafür, Epic Games, nehmen wir mal eine höhere Mission, ob das funktioniert, ne, wack ich gucke jetzt hier wieder, kann ich das mit Gai-A-Garten, ne, Mission-Belohnung kann ich mir hier angucken, mit Gai-A, das ist guck mal gut, was die gemacht haben, das ist jetzt gut, und das ist ja die Belohnung besser angucken, aber wie ihr geht, ich kann die Mission nicht garten, liebe Freunde, wir können ja mal gucken, ja, aber Mission-Belohnung, hier kann ich nochmal gucken, die Belohnung juckt mich nicht, will ich nicht, will ich nicht, so, Mission-Garten, Epic Games, lässt mich eigentlich garten, liebe Freunde, ihr geht, Leute, es gibt kasselige Probleme, ihr geht es hier, man kann keine Mission-Garten, ich gucke hier, ich, 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 aber die Mission-Garten geht nicht, Leute, ihr geht es, dann kommt ja auch mal, die Mailchen, was das hier bingen, aber ich hier auch nicht, und ich habe das auch, bei meinem Falk-Account probiert, aber funktioniert auch nicht, also, Epic Game Pack, das mal wieder hinbekommen, das Rekke, die Welt nicht funktioniert, ja, Fortnite Rekke, die Welt ist kurz, Gegenzeitpunkt kaputt, mein Meinung nach, müssen die reparieren, ich hoffe mal, die machen es, man kann keine Folgen einladen, man kann, wie er sagt, keine Folgen einladen, man kann die Lobby nicht auf die Wart machen, man kann keine Mission garten, ich weiß nicht, ob es auf Ich-Boch-Garten ist, ich weiß auch nicht, ob es auf Ich-Garten ist, da habe ich keine Ahnung, liebe Folgen, aber auf alle Fälle, die PS4-Bieder haben das Problem, und, ja, Leider Gottes, kann ich hier in Rekke, die Welt keine Mission garten, naja, ich hoffe mal, die Beheben-Garten, hier guckt, ich probiere alles, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht, kann ich nicht garten, hier geht, ich kann die Mission nicht garten, und, ich habe auch schon in Rekke, die Welt-Community nachgefragt, weil ich mir gedacht habe, bin ich geeignet, die das Problem haben, nein, bin ich nicht, es gibt noch mehr Leute, die das Problem haben, in Rekke, die Welt-Community, und es regt mich mega auf, ja, ich weiß, die wollten hier was Guckes wieder machen, ich weiß, die wollten das wieder schön machen, ich weiß, Epic Games, Hack ist mich mit Absicht gemacht, die wollten hier wieder was verbessern, in Rekke, die Welt, aber, damit haben die wieder Bach reingehauen, und die gebachten Kacke, und Rekke, die Welt, ist Korkai kaputt, aber, ich weiß nicht, ob es offenbeschiegel ist, keine Ahnung, weiß auch nicht, ob es auch für Ich-Bochko ist, aber, auf PS4, ist, Fortnite Rekke, die Welt, guckigen, scheißpunkt kaputt, guckt bei euch nach, und gebt mir, bitte in einen Kommentar, wie es bei euch, ob es bei euch, so wie bei mir ist, oder ob es bei euch wunderbar läuft, gebt mir bitte in einen Kommentar, so, ich hoffe mal gerne, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal, und Rekke, die Welt, ist kaputt.